Ich glaube, hätten die im letzten Match nicht Auriel gebannt, Tobi, hätten wir auch mehr Chancen gehabt. Ja, das auch. Aber da wusste jemand, dass Chocal und Auriel voll blöd ist. Andererseits hätten wir immer noch das Problem gehabt, wer pickt? Ah, diese, diese, diese Käpt'n Schleckschraube, die Hacker, Ulti, mit dem Blind tut dann weh, wenn du auf andere setzt. Fähigkeiten, Eigenschaften, also bei Lili ist die gar nicht so schlimm, weil dein Kuh halt, ja, alles um dich rum. Bei Karasim ist sie jetzt auch nicht so schlimm, du könntest auch gut Lack einfach machen. Wie ist er denn? Da ist er. Du bist ein wunterfülltes Scheusal. Komm meiner Aufgabe nicht in die Quere. Ich bin einsitzbereit. Oh Gott sei Dank, deswegen habe ich auf Englisch gestellt, wegen Zaya. Weil ich, auf Deutsch, ertrage ich die nicht. Ich ertrage die ja auf Deutsch nicht. Das wäre echt wahnsinnig. Das macht mich narisch. Ich probiere mal ein anderes Bild mit dem hier aus. Ich bin noch in der Testphase. Erwartet nicht zu viel. Was? Hallo? Spielcarrying und so? Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Sonst immer. Aber diesmal nicht. Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir eigentlich oben. Oh, alle Wettbewerbungen. Autsch. Vier Leute mit einer oben. Ich glaube, der macht das auch so, der macht sein Schild an und mit den ersten Schüssen... Du hast keine Energie geholt, ne? Boah, Scheiße. Da kommen sie alle. Ja, das ist, äh, zu weit vom Kieb, aber wir schauen mal das. Oh, das war die falsche Richtung. Ups. Schild! Boah, wollt ihr mich verarschen, Alter? Das war hier mal gut, ne? Also... Vernichtet die Eindringlinge! Oh ja, Chen, du musst da jetzt dann auch noch rein, halbtot. Oh. Was ist jetzt? Ähm, was... Was er auf jeden Fall macht, ist... Einen Schuss holt er aber, glaube ich, immer nur. Muss darauf... Ich glaube, mein B ist kaputt. Einen Schuss holt er auch nicht. Ah, Alter. Dieses Reich hat sich gegen euch gewendet. Brauchen wir unten, äh, Schaden. Oh, Gott, keine Ahnung. Ja, Achtung, die Ahnung, die Ahnung. Ja, ich hab's gesehen. Das ist zu viel, ich hab's cool, da noch viel, auch irgendwie. Boah, ey, die haben irgendwie alle Dauerblocken drin oder so, keine Ahnung. Oh, überhaupt kein Schaden. Hm, Karasim muss gucken, welches Totem der stellt. Länger willkommen! Ja. Erdverbünde, den musst du kaputt machen. Solang der steht... Ach, erstmal machst du weniger Schaden. Ach, was kannst du sagen? Ich hab's mit Brüdern. Ich hab' ich halt auch. Fat Gay im Erken. Lass dich ruhig hitten, du Idiot. Boah, es sind schon wieder drei unten. Jetzt. Mal ein bisschen gucken, dass du nicht immer einen Tommy in die Fresse kriegst. Was sagst du so leicht? Ja, leicht ist es nicht, das ist richtig. Oh, jetzt kommt der Gul'dan auch noch. Drei, top. Ich weiß nicht, wo Kerrigan ist. Du musst sie unverzüglich einnehmen. Wie es die alten... Verrastet. Wird gerastet. Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie... Jetzt! Oh, echt jetzt? Oh, meine Fresse. Hör mal! Hör mal, was? Die Tanks, die müssen da schon rein! Das ist böse, ey. Ja, die Tanks haben, äh... Rechte ich nicht. Ja, ja. Jetzt, äh... Ist der Drops gelutscht. Wie es die alten... Ja, der Drops ist dann gelutscht, wenn sie uns die... ...Anfangen einzureißen. Ah, ne, ich mein, der Tempel. Und, äh... Ja. Mit dem Chen wüsste da auch nix reißen. Nö, ja... Nö, er... Er säuft die ganze Zeit nur Bier und reißt nix. Oh, ich hab schon mit dem Chen. 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 Ja, ich hab'n. Hör mal an. Ja, Gott, ey. Charon und Chromie sind top. Chromie ist richtig stark geworden, seitdem die das, äh, noch früher kriegt, ey. 2 Level, ne? Am besten. Kommt mir zumindest so vor. Und das ist jetzt das wievielte Mal, Tobi? Spielst du die gerade? Das erste Mal. Ja, also. Können wir ja jetzt, bitte. Niemand hält die legende Flamme auf. Was macht der da vorne ein? Ich hab' keine Ahnung, was das soll. So. Der Gul'dan hat seine Ulti da laufen, ne? Entweder ihr unterbrechen oder... Aua. Noch Ressourcen. Die beiden Schänze? Oh. Wirst du picken? Okay. Naja. Ich steh' halt noch voll im Sack. Deswegen wär' ich lieber vorne gesiegt. Oh, scheiße. Ich hab' keine Ulti mehr. Ja, oder? Ich hab' keine Ulti mehr. Ich hab' keine Ulti mehr. Ich hab' keine Ulti mehr. Ein Du- Nein, das ist nicht nur Stichos! Ja. Geh da raus! Geh da raus! Geh da raus! Ich komm da eh nicht weg. Ich werd da rangezogen und... ...Gesand und ich kann da eh nicht mehr weg. Ich war schon zu weit drin. Ja, ich wünsch gar nichts mehr trotzdem. Komm raus, komm raus! Das ist aber auch echt krass, die... ...extrem... ...von an Zusammenspieler... ...der wirklich immer gegen 4 ist, wenn ich so bei 5. Oh nein. Ja, aber guck dir das mal an, die Grippen, Spannen, Ziehen... Ja, deswegen ist das krass. ...Beteiligung schon gehört. Hä? Ich hab Brille gekillt. Ja, Brille hat mich gekillt. Boah. Also hat irgendjemand gesehen, was das... ...was das für ein Team war? Ähm... Ne, hab ich nicht drauf geachtet. Ich glaub einer von denen war Master, aber ich weiß nicht mehr welcher... Ne, ne, ob das ein Zweier, Vierer, Zehner, Hunderter... Ne, weiß ich nicht. ...weil das ist... ...du kriegst den Stun und dann zieht Stitches. Guck mal, der blockt alles. Wieso blockt der denn alles? Da, weil das scheiß Ding hier steht! Ich habe eure Leistung zur Kerstnis genommen. ...dönt allen, die den Tutengräber dienen. Ich bin dein Schlimmster... Ja. Boah, ich glaub ich hab mir auch schon einmal versagt. Ja, ich hab mich einmal versagt. Egal. In ihren Grundfesten erzählern. Was? Ja. 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 Ich werde dir mein Herz geben. Ja. 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 Boah, ich will. Also, das Original, für welche... Boah, ich bin hier vorne. Yes, das ist echt. Das ist so richtig. Nein! 4 Sekunden bis man knackt. Wirklich. Jetzt schluckt er. Jetzt lutscht sich der Drop so langsam, weil sie anfangen, um zu Kriegs anzugehen. Oh nein, und ausgerechnet jetzt die Scheissschreine. Kriegen sie. Die Schreine wichtiger. Den und den unten? Oh Gott. Hier. Gut getötet. Da schon wieder das Ding? Was ist der jetzt? Der Spielchen. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Diese Welt wird mit meiner Rache brennen. Wie leuchtet denn das so rot da rechts? Leuchtet nicht sterbliche. Steht das auf der Karte? Du meinst diesen roten Strich? Das scheint oben im Back zu sein. Im Kreis rum rum. Ich werde dem ein Schiff machen. Ich werde dem ein Schiff machen. Na ja, sehe ich. Da ist der, der Kreis, der jetzt da blau war, war eben rot. Oder ist da rot? Und? Ach. Oh, sieht oben. Hier. 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 Ja, hier. Hier. Was ist das? Alter, was ist das für eine Range, ey? Er trägt tot. Ich geh mal zum Brunnen vor, Herr Tobi. Erstmal. Schnell. Okay, Shen geht runter, ist klar, ey. Okay, Herr Tobi. Ich versuche mal zu zappen, vor mir ist gerade ein Rückzug. Was? Aber schon, das zu gewinnen. Der Aufrechnung ist gekommen. Der Aufrechnung ist gekommen. Mit ihr. Der Aufrechnung ist gekommen. Ein Wilder-Invest. Die Feuerlande rufen mich. Wer rastet, wird gerastet. Das ist ein Ingoß. Der Aufrechnung ist gar nicht mehr. Der Aufrechnung istいやach freundlich. Der Aufrechnung ist sehr wichtig Aufrechnung ist der Aufrechnung nicht mehr. Mir... ... nun zu. Hahahaha. Genug. Ich werde dir mein Ende machen. Worte, Stina. Schon bei uns schlägt die Stunde. Hahahaha. Ich bin da. Ich bin da. Denn es geht weit mehr. Ich bin da. Ich bin da. Gut. Was ist das denn? Nimm dir das ein. Sie hat mich kaputt. Was ist das? Ach weh Was ist das? Wir wollen die Klauen Was ist das? Was ist das? Die Feuerlande rufen mich Kämpft weiter so Das Feuer wird euch geholfen Was ist das? Unser Turm ist gefallen Das ist das Ende Das Feuer wird euch läutern Das Feuer wird euch läutern Das Feuer wird euch läutern Das Feuer wird euch als das Das Feuer wird euch geholfen Na ja Na ja Die Feuer wird euch die Die Feuer werden spüren Das Feuer wird euch gut Und dann Die Feuer werden alle Was ist das? Das kann ich auch bestätigen. Hm, ne, ich meinte gerade Ragnaros, weil dadurch, dass er jetzt da drin sitzt, können wir uns nicht in der LR so ein bisschen schippen. Oh. Das ist bei der Griff. Die Picken. Das ist eben noch am Flammen und jetzt GG. Bad game. Keine Geduld, die Leute. Der war doch unser wichtigster Spieler. Der fühlt sich jetzt bestätigt in seiner Flamerei. Ja. Wo ist das? Weiß ich nicht, Zaya ist irgendwie nicht so meins. Ich glaub kein Held, wenn man ihn am Anfang noch nicht so gut kann des seins, oder? Ja. Ja.